Feuerwehrmann Sam immer zur Stelle! Alarm, es kommt ein Notruf an! Denn Feuerwehrmann Sam ist unser Mann! Jubelie, du bist schon warm, damit er nur herzlich in einer weiteren Folge Minecraft Skywars! Und ich zeige euch natürlich wie ein wunder, 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 wunder schönes Kid! Und zwar spielen wir heute mit dem allseits begehrten Feuerwehrmann-Kid! Und ja, dieses Kid ist einfach wundervoll in den Schlammschlachten des Westen, denn ich habe vor 20 Jahren ein Kid aus dem Schlamm gerettet. Dieser Clip beweist es. Ja, vielleicht ist es nicht ganz so gewesen. Nichtsdestotrotz schlattet dieses wundervolle Kid mit einem Goldhelmet, einer Diamant-Axt! Hier, Red-Stain-Clay, eine Leather oder so eine Wallabockete, Squat-Squade und Ocean-Fire-Resistance. Guck mal, diese Ult... Lol! Hey, was geht jetzt hier ab? Ja, denkst du mir am Arsch? Da haben wir hier diese besondere Ding. Bumm! Das ist wie im Creator-Mode. Bumm! Ah, okay, gerade für einen Moment war ich ein bisschen... Hä? Oh, da drüben ist ein Gegner! mir nicht normal unterlaufen. Leute, stellt euch mal den ganz normalen Chat vor. Seit wann ist da oft gekommen, ist so viel los. Schlechtstart. Getürfisch, ne? Kamera, stopp. Äh, was? Was ist das? Und zack. Oh, das war, das war ja mal Hardcore Fail. Hardcore Fail. Es tut mir leid, Janina, ne, Tim. Aber tu meiner besten Freude, Bibi's Beauty Palace nicht. Ich werde Bibi killen, wenn du die nächste Runde Skywars verlierst, XD. Hallo? Donald Crump? Ich weiß, das ist schon eine ganze Zeit her. Ja, ich weiß, ich hätte früher anrufen sollen. Aber ich habe hier gerade eine Skywars Challenge. Und dafür brauche ich die alte Almighty Power Machine weg. Bibi ist gerade im Urlaub. Ist mir scheißegal. Hol sie her. Wir müssen die Skywars Runde gewinnen. Ab geht's. Danke, oh mal die Power Machine, dass du für mich nochmal aus dem Ruhestand zurückgekommen bist. Ich wünsche dir eine schöne Fahrt nach Hause. Eigentlich, Leute, können wir doch mit dem Kid... Was kann man denn mit viel Wasser und einer Axt machen, mit der man praktisch unbegrenzt an Holz hat, und man sich richtig weit hoch bauen kann. Eine Bautkneid natürlich. Und wie der geht. Das zeige ich auf der Plattform. Hier ist eine Druckplatte. Ein Wassereimer. Ab die Pause. Alter, Alter. Okay, das lief jetzt irgendwie nicht so rund, weiß ich nicht. Aber da vorne ist noch der Kampf. Können wir da abstauern? Können wir da abstauern? Ne. Also, was ich mir dabei gedacht habe, weiß ich jetzt auch nicht. So, Leute, ich würde mal sagen, das soll es mal wieder von der Schnickenrunde Skywars gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeig es mir doch mit einer wundervollen Bewertung. Hier findet ihr die anderen Videos. Haut rein, macht's gut. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn es heißt... Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn es heißt...